Eine neue Folge MT5 Im Norden der Siebenkönigslande gibt es Geschichten über Wildlinge, die ihren Geist in Tiere hineinversetzen und diese kontrollieren können und dies benutzen, um die Bestien im Kampf zu entfesseln. Ja, herzlich willkommen zurück wieder bei MT5. Hier ist Marcel und ich rede heute einerseits über die Skinchanger und andererseits versuche ich mal was Neues, nämlich ein Video zu machen. Ihr merkt vielleicht an meiner Stimme, dass sie ein bisschen belegt ist. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ja, genau. Momentan mache ich hauptsächlich Einheitenbesprechungen und da ist es, glaube ich, einerseits sinnvoll, die Karten auch zu sehen und das nicht nur zu hören. Gerade wenn man vielleicht nicht so aufmerksam zuhört und dann doch nochmal kurz einen Blick drauf werfen möchte und dann alles direkt auf einen Blick hat. Und andererseits kann ich das dann auch bei YouTube hochladen. Also bisher habe ich mich da so ein bisschen geweigert, wenn ich kein Video habe, es bei YouTube hochzuladen. Aber da vielleicht auch noch eine größere Zuhörerschaft ansprechen. Deswegen einfach mal als Versuch. Die Qualität von den Bildern ist jetzt nicht so toll, aber ich glaube, man kann alles lesen. Insgesamt würde ich dann hier jetzt schon bitten, gebt einfach mal Rückmeldung. Was findet ihr gut, was vielleicht nicht so. Was könnte man verbessern und haltet ihr das insgesamt für sinnvoll? Jetzt wollen wir uns aber direkt die Skinchanger-Box anschauen. Die Skinchanger-Box kommt mit zwei Skinchanger. Das sind die jeweils Attachments. Und ihr solltet jetzt hier die Rückseite sehen und man sieht, das kostet einen Punkt. Das heißt, die ganze Box gibt einem zwei Punkte. Ich glaube, das ist momentan so die vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder vom Preis-Punkte-Verhältnis schlechteste Box, die man sich holen kann. Knapp hinter den Raidern, die ja drei Punkte kosten. Aber trotzdem ist da einiges Cooles drin. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ganz wichtig ist ein Attachment, aber wir sehen hier schon, es hat eine Sonderregel. Nämlich, man ignoriert die normalen Attachment-Regeln, dass nur ein Modell pro Einheit, also eine Attachment pro Einheit stehen darf. Man darf aber trotzdem nur ein Skinchanger da drin stehen haben. Das heißt, man darf dann bis zu ein Skinchanger und bis zu ein anderes Attachment in jeder Einheit drin stehen haben. Jetzt schauen wir uns an, was die tatsächlich können. Dafür schauen wir uns mal die Vorderseite an. Wir haben eine Fähigkeit Bonded Skinchanger. Wenn man die Einheit, in der der Skinchanger drin steht, aufstellt, darf man sich sein Tier auswählen. Und es gibt als Tiere Bären, Adler und Wölfe. Und es ist, da in der Box zwei Skinchanger drin sind, auch jeweils von jedem zwei dabei. Denn wenn man die Box hat, soll man ja auch beide spielen können und gegebenenfalls mit beiden das gleiche Tier wählen. Das heißt, jetzt kann ich es auch auflösen. Eben wollte ich das noch nicht, weil dann hätte ich ja schon verraten, was da drin ist. Genau, wir haben acht Modelle. Zweimalig Skinchanger, zwei Bären, zwei Adler und zwei Wölfe. Und ich glaube, das ist dann eigentlich auch schon eine ziemlich coole Box, da zumindest die Bären schon recht groß aussehen. Und es ist auf jeden Fall fürs Malen auch was, wo man sich richtig schön austoben kann. So, falls man den Bären nimmt, das ist dann eine, wie wir nachher sehen, eigene Einheit auf einer Monster Base. Das heißt, die muss man dann auch direkt dazu noch aufstellen. Und dann gibt es noch die Regel, falls das Modell getötet wird, dann wird auch das entsprechende Tier, das man gewählt hatte, vom Spiel entfernt. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, weil, naja, okay, kann man sich ein bisschen drüber streiten, weil es in den Büchern zumindest so ist, dass die Skinchanger, wenn sie getötet werden, ihren Geist, wenn sie, entweder wenn sie gerade im Igel oder dem Tier waren, da drinnen behalten können, beziehungsweise im Moment ihres Todes halt den dahin transferieren können und dann in dem Tier weiterleben. Wobei, je länger man in dem Tier bleibt, desto mehr vermischt sich das mit dem Tier. Und im Endeffekt ist dann alles menschlich verloren und man ist in dem Tier aufgegangen. Genau, aber hier ist es jetzt einfach so, wenn der Skinchanger stirbt, dann hat man nicht mehr genug Kontrolle, um das Tier noch weiter zu kontrollieren und es flieht vom Schlachtfeld. So, dann schauen wir uns die Tiere auch direkt einmal an. Wie gesagt, man darf eins auswählen bei der Aufstellung. Ganz wichtig, man muss das nicht irgendwie schon vorher in der Armeeliste ausgesucht haben, sondern kann das bei der Aufstellung, das heißt einerseits vom Gegner abhängig, aber sogar auch schon von dem, was davor aufgestellt wurde, ja, abhängig machen. Genau, ihr solltet jetzt den Skinchanger oder die Skinchanger-Karte nicht mehr sehen und stattdessen, womit fangen wir denn mal an? Wir fangen mal an mit dem Adler. Ich ziehe den hier noch was größer. Wir haben zwei Fähigkeiten. Wir haben einmal Bonded Eagle, also der Adler, der vom Skinchanger kontrolliert wird. Am Anfang der Runde kann man diese Karte einer feindlichen Kampfeinheit zuordnen und sie gilt dann für die komplette Runde. Man stellt dann das Modell von dem Adler so ein bisschen daneben, einfach damit man sieht, dass, damit man eine Marke hat, dass die gerade durch den Adler beeinflusst wird. Es ist jetzt aber nicht so, dass man den Adler irgendwie in die Einheit reinstellt. Das heißt, der Adler ist eigentlich nur wie so ein Aktivierungsbanner eine Markierung dafür, dass mit der Einheit irgendwas ist. Und dann haben wir die tatsächliche Fähigkeit, nämlich Area Scouting, also, ja, Lufterkundschaftung aus der Luft, so ungefähr. Wenn die Einheit, wo der Adler dran ist, gechargt wird, dann darf man einen zusätzlichen Charge Distance würfeln und den höheren oder dann den niedrigeren weglegen. Außerdem ignoriert man Dangerous, Hindering und Rough. Das ist irgendwie sowas wie gefährlich, hinderlich und noch irgendwas. Also alle Keywords, die die Bewegung beeinflussen, Hindering und Rough und Dangerous. Genau. Und das als kleine Erinnerung, man darf das jede Runde wieder neu machen. Das heißt, man kann sich am Anfang der Runde angucken, was will ich diese Runde chargen und wo liegt, wo ist vielleicht ein bisschen mehr Distanz dazwischen, wo sind Hindernisse mit diesen Keywords. Und dann kann ich mich entscheiden, wo der Adler hinkommt. Ich finde das eine super starke Fähigkeit, gerade auch, da man diese Wahlmöglichkeiten hat, an welcher Einheit man es liegt. Aber es geht halt natürlich immer nur für eine Möglichkeit und man muss schauen, dass man dann gegebenenfalls trotzdem von mehreren Einheiten damit profitiert, da man mit mehreren Einheiten, was bei Free Folk ja so sein sollte, den gleichen Gegner angreift. Und bisher war es so, dass, würde ich jetzt sagen, dass Free Folk ja eher auf Bewegung und so ausgelegt ist und deswegen so ein Hindering und Rough eigentlich nicht so toll ist. Wenn ihr mehr Erfahrung als ich mit Free Folk habt, dann könnt ihr gerne dazu was schreiben. Aber wenn man jetzt Skinchanger mitnimmt, vielleicht zwei Stück oder so, glaube ich, dass man auf jeden Fall darauf setzen kann, dass man sich ja ein, zwei von den Geländestücke mitnimmt und dann den Gegner halt total ausbremst. Während hier, muss man jetzt mal überlegen, man hat nicht, also normalerweise, wenn man jetzt einen Leichenhaufen oder einen Sumpf dahin legt, bekommt man ja minus eins auf die Bewegung, muss zwei Würfel würfeln und den höchsten ablegen und bekommt bei eins und zwei einen Disorderly Charge. Und wenn ich jetzt den Charter drauf habe, bekomme ich erstens nicht die minus eins, ich muss zwar auch zwei Würfel würfeln, darf aber den höheren nehmen, ist also deutlich besser und ja, Disorderly Charge bekomme ich auch nur auf die eins. Das heißt, man hat da schon dann einen enormen Vorteil gegenüber dem Gegner und so, ja, wenn der Gegner das halt nicht schafft, seine Charges über die Hindernisse, dann hat man gegebenenfalls noch ein bisschen mehr Survivability, also Überlebensfähigkeit für seine Einheit und was er auch nicht schaden kann. Genauso mit Dangerous, das war glaube ich bisher schon eine ganz gute Variante, dass irgendwo die Spikes, also diese Pfähler irgendwo hinzulegen und sich dann mit Raidern oder so dahinter oder so zu stellen oder auch mit einem Fuß drauf, sodass wenn man gechargt wird, der Gegner sich auch drauf stellen muss, da bei Raidern einen die Wunden halt deutlich weniger interessieren. Und hiermit ist es jetzt sogar so, dass man es ignorieren kann. Okay, dann nehmen wir den Igel mal wieder weg, wie gesagt, finde ich schon super stark. Man muss dann allerdings das Gelände schon etwas darauf abstimmen. So, jetzt haben wir hier den Wolf, da ist die Qualität leider etwas schlecht, aber ich glaube, man kann es noch lesen. Der hat quasi mit Bonded Wolf die gleiche Fähigkeit, man darf auch am Anfang der Runde die Karte an eine feindliche Kampfeinheit legen und die bleibt da bis zum Ende der Runde und dann stellt man auch entsprechend das Modell daneben. Und dann haben wir Threat Unseen als Fähigkeit, also eine unsichtbare oder unbemerkte Gefahr. Wenn der Verteidiger oder wenn die Einheit, wo dieser Wolf dann dabei steht, Verteidigungswürfel würfelt, dann bekommt er für jeder Eins, die er würfelt, eine zusätzliche Wunde. Das heißt, der Adler eben hat uns einfach etwas mehr Bewegungsfreiheit gegeben, der Wolf gibt uns tatsächlich Schaden dazu und bei normalen Verteidigungswürfeln gibt er uns im Schnitt pro Würfel eine sechste Wunde dazu, denn eine von sechs Seiten ist eine Eins. Das kann man natürlich forcieren, indem man einen Vinerable Token ausgibt, den Gegner die Verteidigungswürfel neu würfeln lässt und so mehr Einsen dazu gibt. Genau, aber ich glaube, das Freefall hat leider nicht so viele Möglichkeiten, den Gegner Vinerable zu machen, wobei die Spearwives, ne, die bekommen nur das Sundering. Aber ich glaube, es gibt ein, zwei, die auf dem Charge einen Vinerable verteilen, Tormund oder so. Aber ich glaube, da müsste man dann, damit die sich wirklich lohnen, die Liste schon konkret drauf abstimmen und vor allem, was das beim Freefall ja etwas schwierig ist, damit die einen ordentlichen Effekt haben, muss man ja quasi den Gegner dazu bringen, viele Verteidigungswürfel zu würfeln. Und, ähm, ja, das ist mit dem Freefall, glaube ich, etwas schwierig, es sei denn natürlich, man hat einfach so viele Attacken, dass es sich wieder lohnt. Das heißt, wenn man jetzt mit drei oder mehr Einheiten an einem Feind dran ist, dann kann sich das mit dem Wolf natürlich schon lohnen und die zwei, drei Wunden, die da dann mehr macht, ähm, können dann genau das sein, was die Einheit auslöschen kann. Ähm, ja, ich kann das, da ich selber kein Freefall-Spieler recht schlecht beurteilen, wie viel mehr Schaden da tatsächlich bei rumkommen würde. Ähm, ich finde den jetzt nicht so interessant wie die Adler, wo man halt wirklich, ähm, direkt die Vorteile sieht, dass man dem Gegner Hindernisse in den Weg legen kann und dann rein chargen. Und das klingt mir irgendwie, ja, für mich ansprechender. Ähm, aber so ein bisschen extra Biss, der Wortwitz war, äh, beabsichtigt, äh, kann der Wolf noch reinbringen. Wenn man etwas mehr von diesem Biss möchte, kann man aber auch den Bären nehmen. Ja, wenn er denn hier rein möchte, genau. Auch den mache ich nochmal ein bisschen größer, so. Genau, ihr seht, das ist eine eigene Einheit. Wir hatten ja vorhin schon gesehen, dass, ähm, wir den dann, wenn wir ihn wählen, am Anfang des Spiels direkt aufstellen müssen. Ähm, hat wie gesagt eine Monster-Base, ähm, hat einen durchschnittlichen, äh, Bewegungswert von 5, hat einen Würfel mit auf die 2+, äh, erinnert an den Riesen, hat ganz gute Verteidigungswerte mit einer 3+, und einer 2+, auf Moral. Ähm, also 3+, auf Verteidigung. Und dann die Fähigkeit Bounded Beer, was eine, äh, innate Ability ist. Er hat halt nur 2 Wunden, ähm, ist also von der Überlebensfähigkeit ungefähr wie ein Wolf. Nämlich 3+, Verteidigungswert, 2+, Moral, 2 Wunden. Das heißt, über die Moral wird man ihn vermutlich, ja. Ja, wenn er einen Moraltest, äh, also einen Paniktest verpatzt, dann ist er natürlich direkt tot, da man jetzt ja mindestens 2 Wunden bekommt durch den Paniktest, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er den Paniktest verpatzt, selbst wenn man da, ähm, ja, ordentlich Modifikatoren drauflegt. Ja, vielleicht so mit einem Minus 4 und einem Paniktoken kann man es versuchen, ähm, aber man muss halt gucken, kostet halt auch nur einen Punkt der Bär. Ja, und, ähm, ja, ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, ein 1-Punkte, ähm, Attachment da, eine Taktikkarte und noch mehr Modifikatoren draufzuhauen, um den auszulöschen. Ähm, genau. Wie gesagt, 2 Wunde und er gibt keine Siegespunkte, wenn er getötet wird, ist also quasi auch insignificant, nur dass man das nicht mal ausschalten kann, ähm, da es eine innate Ability ist. Außerdem, wenn die Einheit, oder beziehungsweise der Bär wird nicht normal aktiviert, das wäre auch, ja, extrem powerful, also extrem stark. Heute habe ich es irgendwie mit den englischen Begriffen. Denn wenn jede Free Folk-Einheit da irgendwie noch, wenn man dann 5 Punkte oder so in die Bären reinstecken würde und 5 Bären hinten rumstehen hätte, die gerade am Anfang nichts anderes tun, als einfach zu aktivieren und da stehen zu bleiben. Und dann hat man seine ganze Armee noch, nachdem der Gegner alles aktiviert hat. Ja. Äh, stattdessen ist es so, dass man quasi immer eine Doppelaktivierung in einem Zug hat, wenn die Einheit, wo der Skinchanger drinne steht, zu dem dieser Bär gehört. Das heißt, man muss sich, wenn man mehrere davon spielt, irgendwie ein bisschen markieren, welcher Bär zu welchem Skinchanger gehört. Dann muss direkt danach der Bär aktivieren. Das heißt, man aktiviert zuerst die Einheit und dann den Bär. Das erinnert etwas an die Raid Leader, wo auch nach einer Einheit dann eine andere Einheit aktivieren darf. Und das kann man vermutlich sogar verbinden. Da ist noch ein bisschen eine Diskussion wegen diesem Immediately. Aber ich glaube, das hat in diesem Fall einfach keine Bedeutung, sondern man kann sich dann quasi aussuchen, ob zuerst der Bär aktiviert oder die zweite Einheit. Und das, was man dann noch zu aktivieren übrig hat, kommt am Ende dran. Ja, ich mache jetzt aber erstmal die Regeln zu Ende und komme da nochmal drauf zurück. Genau. Man aktiviert im Normalfall, wenn man keinen Raid Leader noch da drinne stehen hat, zuerst die Einheit, wo der Skinchanger drinne ist, aktiviert dann den Bär und hat auch im Gegensatz zu dem Raid Leader nicht die Einschränkung, dass man irgendwie nur das angreifen darf, was die Einheit mit dem Skinchanger angegriffen hat. Sondern der Bär kann komplett unabhängig davon agieren, mit der kleinen Einschränkung, die jetzt noch kommt. Nämlich, wenn am Anfang einer Runde der Bär nicht in langer Reichweite zu der Einheit mit dem Skinchanger ist, dann wird er zerstört, weil das anscheinend nicht geht. Das heißt, man kann sagen, ich starte so gerade genau die 12 Zoll entfernt, kann dann auch noch irgendwo weiter weglaufen und in der Runde noch was angreifen oder so, wenn man das möchte oder sich noch auf den Punkt stellen und am Anfang der nächsten Runde wird er dann erst entfernt. Das ist ganz wichtig für die, die das spielen wollen oder auch für die, die dagegen spielen. Man muss nicht in der langen Reichweite bleiben, sondern erst am Anfang einer Runde, wenn es nicht mehr eine lange Reichweite ist, dann ist er weg. Aber es gibt viele Situationen, die ich mir vorstellen kann, wo es sinnvoll sein kann, ihn tatsächlich aus der langen Reichweite rauszubewegen, weil das, was man da erreichen kann, einfach deutlich wertvoller ist als dieser Ein-Punkte-Bär, der vielleicht, ja, oder es ist sowieso die letzte Runde, dann ist man sowieso frei zu machen, was man möchte. Oder man hofft, dass man wieder in die lange Reichweite rein kann, wenn man zum Beispiel zu einem Gegner läuft, den man zerstören könnte mit dem Bär, dann kann man mit dem freien Manöver durch das Surfboard eventuell wieder in die lange Reichweite zurücklaufen. Genau, jetzt ist die Frage, wie zerstört man mit so einer Attacke mit nur einem Würfel einen Gegner? Einerseits erlaubt dieser eine Würfel keinen Defense-Safe, das heißt, solange man keine Eins würfelt, hat man auf jeden Fall eine Wunde. Und dann hat er auch noch Wishes, das heißt, der Verteidiger bekommt Minus 2 auf dem Panik-Test. Und mit den neuen Panik-Test-Regeln macht er, wenn der Test verpatzt wird, dann im Schnitt nochmal 3 Wunden. Das heißt, ja, man hat eine Wunde recht sicher und dann, je nachdem, was der Gegner für einen Moralwert hat, nochmal 2 bis 4 Wunden. Das heißt, maximal 5 Wunden, die da zusammenkommen können, was für ein Ein-Punkte-Attachment schon ziemlich gut ist. So, ich glaube, der Bär wird erstmal sehr viel Spiel sehen, da der so, ich glaube, ja, quasi das Berechenbarste ist. Bei den Adlern muss man schon irgendwie das Gelände so darauf einsetzen, dass sich die Fähigkeit überhaupt lohnt. Bei den Wölfen ist es auch eher so ein bisschen zufällig, ob der Gegner jetzt einen würfelt oder nicht. Und man muss dann auch noch versuchen, mit möglichst vielen Einheiten dran zu kommen oder nicht. So ein Bär ist einfach eine zusätzliche Einheit. Ja, ich glaube, das ist einfach so auf den ersten Blick das Ansprechendste. Man hat eine Einheit dazu, die sich genauso wie alle anderen Einheiten bewegen kann, die dann Gegner angreifen kann, die auch, wo der Gegner dann Ressourcen rein investieren muss, um sie auszulöschen. Und er bekommt dafür keine Siegespunkte, während bei Adler und den Wölfen, ja, die sind halt einfach da und da kann der Gegner quasi gar nichts gegen tun. Hier hat er jetzt wieder, hat man Druck auf ihn, dass er sie auslöschen möchte. Und wir haben halt einfach einen Angriff, der ein bisschen Schaden macht, auf jeden Fall. Oder zumindest, wenn man nicht zwischendurch würfelt und dann noch Potenzial hat, deutlich mehr Schaden dazu zu machen. Und das Ganze für einen Punkt. Alleine schon, wenn der Gegner eine Attacke opfert, um den Bär zu erschlagen und das kann dann, wenn man relativ gut würfelt mit der 3+, sogar auch noch in die Hose gehen. Das klingt schon sehr, sehr stark. Genau, zusätzlich bringt das vielleicht die Raid Leader wieder mit rein, da man sowas machen kann, wie man hat zwei Einheiten mit Raid Leadern und Skinchangern drinne. Wie gesagt, man darf den auch zu einer Einheit stellen, wo schon ein Attachment drinne steht. Kann dann, wie gesagt, Reihenfolge, ich glaube, es ist egal, in welcher Reihenfolge man die dann aktiviert. Kann aber dann halt drei Einheiten, die erste mit dem Raid Leader aktiviert, gibt die Aktivierung an die nächste weiter. Die hat auch einen Raid Leader aktiviert, gibt die Aktivierung an die nächste weiter. Also, was heißt, gibt die weiter. Kann dann direkt danach aktivieren. Das heißt, man kann dann drei Einheiten aktivieren, die zwar nur auf den gleichen zuschlagen dürfen dann, aber hat danach auch noch die zwei Bären oder falls in der dritten Einheit auch noch ein Skinchangern drinne stand, drei Bären und die können dann auch andere Einheiten attackeieren. Das heißt, wenn der Gegner da zwei nebeneinander stehende Einheiten hat, kann ich da irgendwie mit drei Einheiten auf die eine drauf und dann mit drei Bären auf die andere drauf. Und drei Bären sind halt drei Modelle, die man alle einzeln angreifen muss. Das heißt, die haben zwar nur zwei Wunden, aber wenn die einmal im Nahkampf sind, dann hat der Gegner keine Reroads mehr. Dann muss er die erstmal in einer Attacke ausschalten und wenn man so drei Bären in den Gegner reingeschickt hat, dann muss der Gegner halt auch dreimal attackieren, bis er sich wieder bewegen kann. Das heißt, ich glaube, das wäre auch eine recht gute Methode, einfach um den Gegner festzupinnen. Man schickt da direkt nacheinander zwei Bären rein, selbst wenn er einen ausschaltet, dann hat er nicht so ein Third Fall, weil er noch mit einer anderen im Kampf ist, sind, glaube ich, ganz interessante Sachen. Allgemein, was ich, also diese Ideen mit den Bären und den Raidleadern finde ich ziemlich cool. Da komme ich auch fast in Versuchung, doch irgendwie mehrmals zumindest Free Folk auszuleihen und sowas auszuprobieren. Das mit dem Adler finde ich auch ziemlich cool. Und das Geniale ist ja, man kann ja einfach mal schauen, gerade wenn der Gegner das erste Geländestück legt und der legt halt einen Leichenhaufen oder so hin. Okay, dann lege ich halt noch einen Sumpf und er legt irgendwas und dann lege ich noch einen Sumpf, dann hat man schon drei Geländeteile mit Hindering und Rough. Und ich muss ja erst, wenn ich die Einheiten aufstelle, mich entscheiden, ob ich den Bär oder den Adler nehme oder den Wolf, wenn man den nehmen möchte. Das heißt, je nachdem, was der Gegner macht, kann man das sogar noch anpassen und muss sich beim Listenbauen jetzt noch gar nicht so konkret darauf beschränken. Wobei, wenn ich die Raidleader mitnehme, dann würde ich, glaube ich, auch eher den Bär mitnehmen wollen als einen Adler. Aber wie gesagt, man hat einfach diese Wahlmöglichkeit, dass man es sich erst bei der Aufstellung überlegen muss. Genau, weil ich sagen wollte, Bär mit den Raidleadern finde ich sehr interessant. Die Adler finde ich sehr interessant und der Wolf ist dann so ein bisschen der, ist halt ein bisschen mehr Schaden, finde ich am uninteressantesten aus der Box. Insgesamt finde ich die Box aber verdammt cool, auch wenn man eine ganze Box kaufen muss, um nur zwei Punkte zu bekommen. Und ich sehe auch schon, dass sich manche Leute, die mindestens zweimal holen werden, da so drei oder vier Skinchanger, drei, vier Punkte ist vielleicht auch mal drin. Dreimal finde ich, glaube ich, schon etwas übertrieben, es sei denn, man will da so eine super Funliste mit spielen. Aber zweimal kann man sich die Box, also einmal würde ich fast sagen, ist allein schon aus coolen Gründen fast Pflicht für Free Folk Spieler. Zweimal auch durchaus sinnvoll, ja, wenn ihr sie geil findet, auch dreimal. Genau, aber ich finde sie auf jeden Fall super cool, sowohl von den Modellen, wie ich es bisher gesehen habe, da hätte ich vielleicht auch noch, habe ich jetzt nicht vorbereitet, ein Foto reinziehen können, findet ihr aber auch im Internet. Als auch, ich kann auch hier den Bär mal wegmachen, so, dann seht ihr das hübsche Logo nochmal. Als auch von den Regeln, super cool designt, vielseitig einsetzbar, also das ist tatsächlich eine Erweiterung. Da habe ich sehr wenig zu meckern und gefällt mir richtig, richtig gut. Und das war dann, glaube ich, auch das Schlusswort. Ich freue mich drauf, da mal dagegen zu spielen. Das war die MT5-Folge zu den Free Folk Skin Changers. Wenn ihr die auch so cool findet wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und vor allem auch, wenn ihr dieses Video seht oder wenn ihr das hört und euch das Video anschaut, dann würde es mich super freuen, wenn ihr da kommentiert und sagt, was man besser machen kann, ob ihr das sinnvoll haltet mit Videos, mit den Karten, was ihr noch für Ideen habt. Das könnt ihr dann, das wird vermutlich dann bei YouTube hochgehen, direkt da kommentieren. Ihr könnt das aber genauso dann auf Facebook, wo auch weiter normal der Podcast mit nur der Audiospur gepostet wird, kommentieren. Und wie immer, wenn ihr über neue Folgen, die ja etwas unregelmäßig manchmal kommen, jetzt bemühe ich mich es doch vielleicht wieder sonntags jeweils hinzubekommen, informiert werden wollt, könnt ihr auf Facebook die Seite MT5 abonnieren beziehungsweise mit Gefällt mir markieren. Ihr könnt den YouTube-Kanal, den es jetzt irgendwie geben wird, abonnieren. Dann werdet ihr über neue Videos informiert. Da würde ich aber noch schauen, inwiefern ich das weitermache. Deswegen wieder ganz wichtig, das Feedback. Sagt mir, ob ihr das wollt oder nicht. Und auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.